So, dann starten wir mal die Aufnahme. Neue Kampagne, Crashkurs. Na, erstmal wieder den Ton runter machen, dann ist es so laut. Ich mach das jetzt mal den Ton drunter im Spiel. Ich werd das ja auch abgespeichert. Dann hab ich das beim nächsten Mal nicht mehr. Lauttunz, Audio. Ja, es ist immer ziemlich laut, ne? Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab schon sehr leise gestellt. Guck mich nicht so blöd an. Was? Okay, dann haben wir Pumpkin noch nicht geschossen. Wie viel hat das bei dir gekostet? Bei mir hat das vier Punkte gekostet. Ein Punkt. Na toll. Ja, wo er direkt auf den Kopf gekostet hat. Ja, wo du hinfiebst, Francis. Nein. Au, Mann, au. Doch nicht auf mich schießen. Doch, du. Hey, hör auf. Ich bin jetzt auch normal und das macht ihr. Ihr knallt euch hart, Glückwunsch. Ja. 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 Luis ist gar nicht losgelaufen. Ich hab den kaputt gemacht. Ja, ich schätz mal, weil ich den Server mache und aufstehe. Wenn ich den Server aufnehme, leck das wieder. Bei mir nämlich auch. Oh shit. Ich mein, wir haben ja mal was hängen, das ist nicht gut. Ja, richtig. Oh oh. 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 Oh, gut, dass ich die Molli. Also bei mir auch ganz schlimm. Ja. Hier gibt's eine Rohrbombe. Hier gibt's Molli. Ich würde jetzt mal rein fahren, das ist ja Giftgas. Tolle, jetzt sind wir hier wieder draußen. So wie ist das? Ach, eine Hand, ja. Okay. Haben die schon verdammt geil gemacht, wie die so losrennen. Oh. Oh. Hilfe. Boah. Übel. Hier sind's noch. Eine Granate, wenn wir lieben. Das geht auch. Ja. Richtig. Molli. Hier ist noch eine Rohrbombe. Hier liegt eine Rohrbombe. Solltest du die Rohrstundenbombe und den Molli nehmen. Ich hoffe schon eine. Nee, ich mein Tietje, der hat den Molli genommen. Solltest du nur die Rohrbombe nehmen. Die Rohrbombe nehmen. Lick's drin. Hier ist ein Benzikonis. Okay. Pass auf. Dann drücken wir es mit. Alter. Oh Gott, warum ist das so? Und dann ist es so gut. Oh, das ist so gut. Komm ja! Ja, das ist vorne vielleicht. Ja, gleich. Ich denke, ihr werdet. Ja. Oh, das ist gut. Oh Hier liegt eine Rohrbombe Zwei Rohrbomben liegen hier Ich hab hier eine Rohrbombe Rohrbombe Das geht ja nun nicht Dann werden wir die eine weg Das sieht gefährlich aus Oh 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 Solche Geräusche mal ja auch wenn ich äh Magengrippe hab Ja da hätte er den Druck getroffen Aber hier liegen noch Pillen Pillen? Ich krieg keine Pillen Nein hier hinten Pillen und Waffen und Munition und so Ich nehme Molli Nimm die Rohrbombe die da liegt Die Rohrbombe ist wieder vollautomatisch Das ist ja scheiße Waffen Cool Hier liegt ne Rohrbombe Warum seh ich die nicht Warum nimmt die den Rohrbombe? Warum nimmt die den Rohrbombe? Ich nehme Molli Ich nehme Molli Oh, super. Wir müssen uns erstmal hier Munition holen. Da lag noch eine Munition hier. Wo denn? Der ist ein Munitionshaufen, wenn er nicht will. Der ist nur die Waffe einmal rauszuhalten müssen. Hier ist eine Rohrbombe. Hier ist eine Sniper. Roger. Cool. Die Lunte brennt. Hinter dir. Die Lunte. Die Lunte. Leute Na die Kacke! Komm her die Kacke! Oooooohhhhhh Wollt's auch mein Redefekt nehmen! Völlig weg! Leck mich mal! Ufff Ich werde gut hier... Pillen! Auch neuer Pillen? Waffen! Wo lauft ihr hin? Ne so... 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 Megal! Get second pistol! Cool! Ich nehm noch ne Pistole! Äh... So... Töne... So... So... Ähm... Oh... Oh... So... 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 Da ist wieder so ne Mitch oder Hex oder was auch so. Also irgendwie da wir töten, die da wir bienreinern. Alles töten! Und dann gehst du vor. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Der Wettbewerb 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 war nicht nötig, aber... Soll ich dich heilen? ja ich wäre meiner scheiße ich will mich gar nicht wo sie von dem tempo er verloren ich blute wo Ich höre euch gar nicht, weil das Teepspeak ist einfach zu leiser. Ich verstehe gar nicht, warum das gebutet wird, also leiser gestellt wird, sobald ich ins Spiel gehe. Spiel lauter als wahrscheinlich. So, ich mach das mal noch leiser. Wollen wir nochmal zurückgehen und Munition holen? Okay, jetzt hab ich das Spiel noch leiser gemacht. Okay. 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 Kann sein, dass wir hier runter müssen. Hier sind auch keine Medipacks, ne? Denk ich mal, wir müssen irgendwie zu der Brücke. Hey, Medipacks sehe ich auch. Der Luis macht es davor, ne? Wir können hier runter, glaube ich. Hier ist eine Treppe und da oben liegt Molli. Molli und ein zweiter Besucher. Oh nein. Ich lade nach. Ja, das geht auch. Ja, das geht auch. Die Kermit humpelt schon. Die Pillen kann ich dir nicht ex-Temple abreichen, oder? Die Pillen kann man auch EW geben. Ah, Kermit hat die already. Ja, die wollte ich mal testen. Aber sehr viele Medifacts sind hier auch nicht. Nee. Man muss kein Einzelfeuer machen. Das geschieht hier bei dieser Connection automatisch. Ach, scheiße. Ich hab keine. Nacht. Nacht. Oh, hier war ein Medipack. Komm, nimm das Verbandszeug. Ja, das kannst du dir gleich gleich selber geben, das Medipack. Hier ist eine Waffe. Jagdgewehr. Schwierig bei der Anzahl. Ja. Auf der anderen Seite, ich hab nicht mehr so viele Munitionen. Mhm. Oh, hier ist ein, äh... Das ist ein grüner. Digga. Irgendwo. Mhm. Oh nein, da kommt was. Oh nein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich diese Scharfschützengewehr so toll finde. Ja, das ist, äh... Ja, das ist, äh... Auch nicht hier so toll, aber es hat halt Schaden, ne? Also wenn du defensiv ein bisschen stehst und hinten dann... Ah ja, so witz, ne? We're ready. Oh Gott, da kommt eine Welle. Oh oh. Hier müssen wir mich beschützen. Wie schweine können sie doch was beschsten. Die Schweine können sie doch was. Hier ist Munition. Nein. Oh. Oh nein. Sie sind glatt, das ist das Kaffee! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab's nicht mehr gesagt, ich hab's nicht mehr gesagt, ich hab's nicht mehr gesagt. Ich habe keine Munition mehr, wollte die Verschaffung wechseln, aber ich weiß nicht, dass ich diese jetzt irgendwie nicht hinbekomme. Wo liegst du? Ich bin tot. Ich wurde von hinten gepackt und wurde weggezogen. Oh, okay. Aber du bist der einzige Aufstand der Zeit überhaupt noch lebt. Bei Kermit und Louis, nur temporär. Jetzt aber rumrumfeln hier, der Kermit. Die Kermit, kommst du mal hin? Ich sehe nichts. Hier, hier. Ah, okay. Nee, nix. Komm schon, los, steht auf. Aber eigentlich kann man mich auch wiederbeleben, wie ich damals, äh, Titel wiederbelebt habe. Ja, deswegen habe ich ja geguckt, ob ich da eine Leiche hier muss, aber... Du musst da irgendwo eine orangene Figur ansehen. Irgendwo in meinen, also da, wo ich gestorben bin, da vorne. Wahrscheinlich vielleicht unten, wenn du den Berg runter liest, in einem Raum, werde ich eingesperrt sein. Ach ja, stimmt. Aber warum wird das denn nicht angezeigt? Ja, dann ist es weiter weg. Wenn es zu weit weg ist, dann lass es. Aber wenn du irgendwo etwas angezeigt siehst, dann bin ich das. Ja. Oh, da kommt die nächste Lose. Was? Ich glaub, ich schaff's nicht. Ich geh da jetzt eigentlich hin. Gehen wir nicht irgendwie weiter? Ich hasse Vögel. Ohne Scheiße. Ja, DT, dann bist du gleich bei Null. Ja. Wie geht's? So gut. Warten! Tot! Noch läuft er doch. Ja, ja. Aber ich kann nur ganz langsam gehen. Ach ja, anscheinend kann man dadurch nicht sterben. Hm. Ich halte gerade so durch. Wir müssen hier bestimmt über die Brücke, oder nicht? Wo seid ihr denn alle? Ohne Scheiße jetzt. Ich brauch' den Tod. Ja, ihr seid alle bei Null Prozent. Wir brauchen halt irgendwie nicht. Da vielleicht. Kann nur noch ganz langsam gehen. Guck mal vorne bei der Motorhaube. Seitlich. Oh oh. Das war's. Das kann man nicht anziehen. Nee, ich hatte Außensicht. Ich konnte nichts machen. Kommt, putt, 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 putt. Was meint ihr? Können wir? Nee. In diesem Krankenwagen ist da nicht irgendwas drin oder so? Nö, nö. Das ist ja jetzt. Ich glaub' ich überlebe das nicht. Ich glaub' ich schaff's nicht. Ach du Scheiße. Jetzt kommt noch so ein Viech, oder wie? Der fährt ja gerade noch. Oh, komm, ist da. Oh, komm, ist da. Das ist ja voll ätzend. Und wir waren fast in Sicherheit. Und wir waren fast in Sicherheit. Das jemand anderen Server macht, ja, das wär' gut. Okay, ja. Dann stopp' ich nur noch mal die Aufnahme, ja klar. Gut, stopp' haben wir da die Aufnahme. Hast du die? Hab' ich wahrscheinlich schon. Ich liebe Schottkorn. Der schwarze Mann. Der schwarze Mann. Ich hab' ja was für euch. Wurde er das haben? Achtung! heute das noch mal wissen was soll ich so konkret wissen ob man hier auf diese schönen wunderschönen gasflasche schießen kann ja wir sollten jetzt mal sofort wieder hingehen wo wir wo man jetzt nenne ich so viele rohrbomben oder sowas ja die kommen weiter vorne aber die müssen wir irgendwie ich weiß nicht einen müssen wir immer dabei haben hier hast du eine pistole aber die rohbombenverteilung ist ja sowieso unterschiedlich vielleicht sind sie diesmal müssen besser vertreibt Also unser Frenz ist jetzt nicht so gut, ne? Ja. 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 Na, Molli? Molli! Oh, haut der mich einfach weg. Ja, wenn der da vorstellt. Komm her! Ach, warum kann ich die Waffe nicht wechseln? Ja, lad die mal in Ruhe nach, komm! Kann die Waffe nicht wechseln. Hilf mir nur hoch! Ich brauch hier drüben mal Hilfe! Kommst du, danke. Du hast was Gutes. Das meiste Blut ist nicht von mir. Wird schon. Luiz, nimm das von uns. Geweine Witte, seid ihr schon hinüber? Oh ja, ich werd mich da jetzt mal verarsten, wenn die Welle vorbei ist. Ich hab mich super geschossen. Ich kann gar nicht auf die Schiefe, bei Angst euch zu treffen. Ich kann gar nicht auf die Schiefe, bei Angst euch zu treffen. Keine Worte! Ah! es ruckelt trotzdem bei mir trotz dass jemand anders den server gemacht hat er war es das erste mal nicht in ordnung das gespielt haben damals man ja doch ich hab uns noch mal vorgegeben solltest du statt des mollys mit mir ich finde sie persönlich wirklich viel besser ja nehm ich so mach ja du hattest doch schon einen oder nicht ne ich hatte molly ich hab gewechselt also ich persönlich möchte sie viel besser wo kommt er noch mehr ok ja ja Ich will gerne wechseln. So. Zack. Ah ja, die ist schön, diese 10-128er. Ja, die finde ich auch geil. Schon schnell. Ja, und auch schöne Munition. Kannst du immer... ...fein zuerst. Jetzt steht da schon... Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah, scheiße, Alter. Oh, 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 oh. Wo seid ihr da? großkoll wird das kann man ich stehe hier mit tausenden zombies und keiner ist von euch da ja entweder wieder ein die ich glaube sie ist hier irgendwo in der halle ja da sitzt sie die können wir eigentlich ruhig mal ignorieren der fette da kommt er gleich sowieso können auch die gasflasche dahin werfen ich glaube die kanze schade ich dachte ich könnte man direkt in luft jagen mit der gasflasche aber ging nicht schade ich so wen kämmen soll ich dich heilen ja ja wir kommen hin bis Moment, es dauert nur eine Sekunde. Dankeschön. Ja, vorhin nur das Titel. Das ist du. Okay. Na, wegschuldigen. Ach, das ist spannend. Ja, diese Shotgun ist echt schön, hast du nicht? Oh ja, die ist total geil. Not enough! Oh putt, 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 putt. Hier ist noch ein Walut auf, falls jemand den haben möchte. Ich glaube, da kommt gerade meine Mutter auf. Was? So. Immer auf mich! da vorne wieder vorsichtig sind ob da kommt er hier von hinten müssen wir aber erst aktivieren ich gehe bei mir hin und jetzt kommt die glaube ich nicht oh oh da kommt was hier sind auch zwei gasflaschen und wenn er gleich richtig fliegt, dann bitte die Wohrworn oder wie hier wo denn? ja, ist das Wunterschirm hier unten ist die zweite Waffe fehl im LKW, dann kann ich freuen, was im LKW rauskommt hier ist die zweite Waffe hier ist die zweite Waffe Fiji läuft doch nicht so weit nach vorne ihr müsst vielleicht ohne mich klarkommen also, ihr müsst vielleicht ohne mich klarkommen hehehe ach scheiß vorne das war das sein dass ich automatisch also aus versehen den gasflasche getroffen habe ich habe es nicht gesehen ich habe dahin geschossen gut da kann ich jetzt mal im desktop gehen die aufnahme stoppen weil ich will mal gucken wo am team speak immer leiser wird es wird immer leiser ja ja ihr seid kaum noch zu hören bei mir irgendwas stimmt hier nicht na toll es läuft alle weg hier oder was tja da müssen wir den teacher irgendwie vorne finden jetzt noch nicht das ding auslösen den fehler habe ich eben gemacht wir schaffen das dazu wir schafft es hochkommelt oder mit meiner können wir hier Wer hat jetzt? Oh nein Oh muh Mu stirbt Oh Das sind zu viele Das sind zu viele Wahnsinn Lade nach Ich glaube ich mag nicht mehr nach Ja selbe Situation wie eben Drei Tote Oder einer der schon tot ist Ja da wir vorhin ja auch nichts gesehen hatten Wurde ich sagen wir gehen jetzt direkt weiter über die Brücke ohne viel Zeit zu verschwinden Na gegen den Fettzeug schauen wir sowieso nicht Ah hier sind Pillen Könnten nützlich sein Oh Ja Da vorne kommt halt so ein richtig dicker Ach was Da rechts ist Molotow In dem Lkw Ja Vielleicht können wir uns irgendwie Links halten Hm Hm Wie war da vorhin so ein dicker Naja der kommt noch Dann wohl ein bisschen später Ja Irgendwie runter müssen wir wohl ne Ja ich Denk ich auch Aber das ist halt viel zu hoch Ja ein bisschen Oh ist denn der Francis da runter gegangen? Nein Das muss ja irgendwie sowas sein Nein Oh nein Oh 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 Der unterste Schutzraum Kommen wir einfach nach unten Er ist bloß nicht wohl Kermit muss doch mal noch ne Runde metzeln Kermit 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 das Humpelstilzchen Was denn? Kermit 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 Ja aber schaffste Nehmen wir hier schon mal Achso hab ich schon So wie Schatz Fässer Okay Elbier Ries die Tür ab Klasse Sehr gut Ehhhh Oh mein Gott Sehr gut Aber wenn jetzt am Schluss dann hätte dieser Dicker da gekommen Das hätten wir nicht gepackt glaube ich Ne Ne Gut Äh mit den Ja 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 Ja